Hey, Shaban, grüß dich. Ja, geil. Nee, ich bin einverstanden. Also wir können das sehr gerne so nennen, das ist voll die Ehre. Also Shaban und Martin McFly ist auch vom Klang her geil und es knüpft irgendwie an, an das, an euren Legendenalbum da, Shaban und Captain Peng. Können wir sehr gerne so machen. Du, und eine zweite Sache, der Max ist nächste Woche in Berlin. Wir könnten direkt ein paar Fotos machen irgendwie, wir brauchen noch ein Cover und sonst wie. Sag mal Bescheid, ob du bereit wärst, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Es müsste eine der drei Tage sein, sonst ist er wieder weg. Und hast du noch irgendwas von dieser, von den Utensilien, von den Requisiten, die ihr für euer Shaban und Captain Peng im Cover gemacht habt? Weil dann könnte man es direkt so irgendwie, weißt du, so Anschluss-Story irgendwie dran anknüpfen. Das wäre doch sehr geil. Jo, sag Bescheid. Liebe Grüße. Tschüssi. Tschüssi.